Hey, weißt du, was eine performative Wahrheit ist? Ich möchte dir hierzu eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar geht es dabei um einen Elefanten. Als dieser Elefant noch klein und jung war, hat ihn sein Besitzer mit einer Kette, die um seinen Fuß gemacht wurde, an einem Pflock befestigt, der an der Erde festgemacht wurde. Und dieser kleine Elefant hat versucht abzuhauen und ist immer wieder gegen diesen Widerstand gestoßen. Er hat es hundertmal versucht und er hat es tausendmal versucht und irgendwann hat er aufgegeben. Jetzt wurde dieser Elefant älter und stärker und sein Besitzer hat sogar Bäume damit aus dem Wald rausgezogen. Also der hatte richtig Kraft. Und jetzt ratet mal, wie dieser Elefant an seinem Platz gehalten wurde. Richtig, mit der kleinen Kette und mit diesem Pflock, der in der Erde war. Dieser Elefant, der eigentlich die Kraft gehabt hätte, das Ding locker wegzuziehen, hat es erst gar nicht mehr versucht. Okay, wieso erzähle ich euch das und was hat das mit performativer Wahrheit zu tun? Jeder von uns, du und ich, wir leben aus einer Identität raus. Und diese Identität, die hält uns manchmal in komischen Mustern gefangen. Ja, jeder weiß, von was ich rede, glaube ich. Okay, wenn du jetzt Christ bist und von Neuem geboren bist, das ist ein frommer Begriff dafür, dass du in einem Glaubensakt, in einem Gebet, aus ganzem Herzen Ja gesagt hast zu Jesus. Du hast Ja gesagt dazu, dass er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist und danach wieder auferstanden ist. Okay? Du hast ihm somit dein Leben gegeben, das ist ein Glaubensakt. Okay, jetzt bist du Christ und jetzt steht im 2. Korinther 5, 17 folgendes. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Jetzt sagst du, okay, ich habe das Gebet gesprochen, ich bin Christ, aber ich merke, ich komme einfach nicht vorwärts. Ich hänge noch in alten Mustern drin. Und ich fühle das auch nicht, dass da was neu ist. Dann sage ich dir, da geht es um die performative Wahrheit. Du musst wissen, was in der Bibel über dich steht. Diese Wahrheit ist die Wahrheit, die dich frei macht. In Johannes 8, 36 sagt Jesus folgendes. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und das ist eine Wahrheit, die für dich Gültigkeit hat. Und ich möchte dich heute mit dieser kleinen Message einfach ermutigen, in der Bibel zu lesen. Wenn du Christ bist, dann lies Römer 5 bis 8. Das hat der Paulus geschrieben und da steht ganz viel über die Identität in Christus, die du jetzt hast, die dir zur Verfügung steht. Wenn du kein Christ bist und nicht weißt genau, von was ich jetzt eigentlich rede, Wiedergeburt und so weiter, dann würde ich mich freuen, wenn du einfach eine Message schreibst über Instagram und Kontaktdaten hinterlässt. Dann würden wir uns gern bei dir melden und mit dir sprechen. Ich wünsche dir einen ganz starken Sonntag. Mach's gut. Bis dann. Ciao.